ich habe viertausend neunhundertfünfundsechzig rp punkte und jetzt ist die frage ich komme ich komme kurz die anderen kisten an aber die linke kiste ist von season 12 da habe ich ein viel die andere habe ich eigentlich auch da habe ich echt alles in der sache das ist das muss ich machen jetzt rentiert sich halt nicht mehr ne du ne 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 jetzt ist es wieder mit dem bug das ist auch nee auch nee ich kann die abzeichen nicht kaufen ach ja bei mir auch ich glaube es geht nee nee aber wir gerade auch länger offen wie kann ich das kann ich das irgendwie um umgehen warte mal oh warte mal geh mal ins adventure rein ja und dann geht oben bei den münzen auf plus ah der feifert digga der feifert du musst aufpassen aber das nicht mit uc kaufs ja genau ja genau wieso müssen sie das immer so warte wie viel habe ich jetzt gesagt wie viel habe ich drei vierhundert irgendwas 4.000 oder so was 413 habe ich glaube ich gerechnet okay 400 jetzt habe ich insgesamt 455 weil ich noch weil ich noch welche hatte durch den rp was genau jetzt habe ich mir überlegt wenn man überhaupt wenn man durchkommt dann bekommt man nur 320 und sonst hat man doch immer noch ein auto dazu bekommen oder ja genau eben diesen aber jetzt ist es ja ja ich bin sowieso die belohnungen dieses mal ziemlich ja was ist es gut ja ja klar aber ich würde ich würde mir halt ein buggy holen so was soll ich mir sonst holen ein buggy und dann halt nach irgendeiner kopfteil oder irgendwas halt ja weil weil die outfits sieht es keine ahnung sich eh nicht an und sehen eh nicht so nice aus von daher mache ich das auf dem buggy aber ich versuche halt so viel wie möglich dass ich eventuell sogar noch die die SLR Tarnung holen kann oder so oder einfach ahja ja ja wie viel haben wir beim letzten mal bekommen weißt du das noch ich glaube 700 okay knapp 700 also wir haben übelst viel bekommen weil wir echt gut tantisch vorgegangen sind ich starte jetzt mal rein mit dem ersten okay das kostet nur eins weil okay komm ich jetzt eins vor wieso kostet das kostet aktuell nur eins wieso auch immer 5 RP abzeichen gutschnein nur starten oder auch weiter jetzt habe ich gerade verkackt einmal jetzt kostet es immer noch einmal keine ahnung wieso das gerade nur eins kostet nochmal verkackt ah jetzt kostet 6 okay jetzt ist der richtige jetzt komme ich eins weiter ich bin bei 2 jetzt kostet 15 nochmal verkackt nochmal verkackt ach man jetzt komme ich safe weiter äh einschalten jetzt bin ich bei 3 entweder ich sammle 58 ein oder ich gehe mit 35 weiter ich glaube ich würde einsammeln sicher ich habe noch 400 wenn ich jetzt wir haben ja gerade den worst case gehabt haben knapp 40 heißt wenn ich jetzt 10 mal die 58 einsammel habe ich am ende 580 ich glaube wenn man so immer worst case kommt dann ist es glaube ich am besten wenn man 3 einsammelt und nicht zu 4 geht okay glaube ich ich sammle jetzt mal ein ja okay ich hoffe halt irgendwie zum beispiel von der 2 mit 2 oder so in die 4 zu kommen so weißt du dass du halt so rüber reinkommen jetzt bin ich mit rein kommt man vom start immer direkt weiter weil ich jetzt das zweite mal schon mit 1 instant weiter kam oh auf 1 komme ich weiter direkt mit 2 nice ich glaube schon naja verkackt das erste bei 2 nochmal verkackt naja ok jetzt muss ich sehr fragen jetzt ist die frage wie viel als wie viel kostet das noch mal dazu ziehen 35 also 105 dann auf die worst case ja aber kriegs auch 95 also es machen ich habe was wir als letztes Mal haben wir auf jeden Fall auch bis hier noch weiter ich glaube ja ja ich machs mal jawoll direkt direkt weiter richtig 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 jetzt haben wir eins am Ende ja ok das ist das ist ganz wichtig oh ok 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 1 weiter nochmal verkackt nochmal verkackt ok 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 1 2 jetzt wäre es wichtig mal 2 zu kommen haben wir schon mal 3 weißt du das ne noch kein einziges Mal ich glaube noch nie 2 hatten wir aber schon mal das weiß ich nochmal verkackt aha miese 1 2 da jetzt werde ich wieder bei 3 240 habe ich noch und wir haben aktuell 211 Kisten soll ich zu viel gehen soll ich die 105 240 haben wir noch wie viele Kisten haben wir? 240 äh also 240 äh Dingens Kisten haben wir 211 1 auch mal einfach ok 1 oh verkackt scheiße 2 go ja also verkackt oh das was kommt das was im ersten oh ok 1 ok so habe ich jetzt 150 2 250 2 0 oh 2 direkt ok das ist richtig wäre besser hinten da raus o Alberto 1 2 jetzt habe ich 114 lav sammle ich also einfach ich mache jetzt die Risikohalte dann immer wirst 105 muss ich zahlen dann hätte ich nur noch neun dann hätte ich aber wieder 150 und dann sind wir bei also 500 hätten wir dann sicher ich mal kurz das reicht aber nicht für die slr ja eben genau wie viel bräuchte ich habe sowieso nicht geschafft alter er hat 800 780 alles ja ja genau ja das hat mir glaube ich sowieso nicht geschafft ich glaube dass das echt schwierig wenn ich jetzt die 50 nicht ich gehe ich gehe risiko ja ich muss also jetzt einsammelzeichen 44 und ich habe 517 da muss jetzt wirklich ganz die frage wenn ich jetzt immer wenn ich jetzt immer nur vom start bis zum ersten geht also alles umwandeln in sechs sind 32 24 30 36 also krieg ich sechs plus 36 sind das bringt mir nix ja das bringt mir nix muss ich weiß ich gehe risiko und versuche weiter zu kommen ja verkackt das ist das ja irgendwie auf die zwo und das geht ja gar nicht mehr schluss drauf zwei verkackt ja das ist das auf die fünf ah nein jetzt weiter jetzt kann ich noch einmal spin die 15 oder ich nehme die 20 mit ich bin jetzt einfach die 20 habe ich jetzt den buggy hole ich mir jetzt habe 537 sonst kann ich da nix ja ist doch nicht schlecht oder ja ich weiß es nicht genau ich glaube sowas um 67 also wir hatten auf jeden fall richtig 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 viel ja ja aber trotzdem hat mir auch auch ein zwei mal gut glück jetzt ist die frage jetzt habe ich noch 147 welches welches kopfteil soll ich mir holen ich habe ich kann mir noch stampfen der beat hut das elektroniker herzen hut stampfen der beat brille und elektroniker herzen maske holen also von denen vier habe ich das noch nicht welche soll ich kann ich kann nur ich kann nur stampfen der beat hut oder die brille dazu was soll ich machen brille oder hut ich glaube ich brille um mich das warum rechts ist nicht weil das elektroniker das ist zu teuer ich habe nur noch 147 das ist das problem ach so okay ich würde glaube ich dann die brille holen weil die brille ist glaube ich besser als der hut oder ja ja schon gesagt ja jetzt der gestern habe ich ja den den bar gezogen oder war das gestern ja im spin gestern im spin ja genau genau da habe ich den buggy gezogen den gozilla buggy gefilte ich auch nice ich weiß gar nicht wer ich nicht aktivieren soll naja ich lasse glaube ich den gozilla buggy ja ich habe gesagt ja das ist der größte reflex ja Untertitelung des ZDF, 2020